Hast du gewusst, dass der älteste Torschütze der Bundesliga 40 Jahre alt war oder dass es in einem Spiel 40 gelbe Karten gab? Hier zehn interessante Fußballfakten. Fakt Nummer eins. Pro Jahr werden rund 40 Millionen Fußbälle hergestellt. In Jahren mit Europa- oder Weltmeisterschaften sind es bis zu 60 Millionen Fußbälle. 80 Prozent der weltweit hergestellten Spielbälle kommen aus Produktionsstätten in Pakistan, China und Thailand. Fakt Nummer zwei. Fußball wurde circa 476 vor Christus in China erfunden. Dort war der Fußball als Kuju bekannt. Später in der Geschichte gab es ihn noch in anderen Ländern wie zum Beispiel im antiken Griechenland, im Reich der Maya und in England. Fakt Nummer drei. Der älteste professionelle Fußballverein der Welt ist Sheffield FC. Der Verein wurde im Jahr 18750 gegründet und spielt derzeit in der Northern Premier League Division I Southeast, sprich in der siebthöchsten englischen Liga. Fakt Nummer vier. Pelé gewann nicht nur drei FIFA-Weltmeisterschaften 1958, 1962 und 1970. Er ist auch Rekordtorschütze mit über 1.280 erzielten Toren. Fakt Nummer fünf. 222 Millionen Euro. Neymar Junior ist mit seinem Transfer zu Paris Saint-Germain im Jahr 2017 für 222 Millionen Euro der teuerste Fußballtransfer aller Zeiten. Fakt Nummer sechs. Schnellstes Tor. Beim WM-Start der Türkei im Jahr 2002 schoss Hakan Şükürs nach nur elf Sekunden ein Tor. Damit ist er Rekordhalter für das schnellste Tor. Fakt Nummer sieben. Das größte Fußballstadion der Welt ist das Rungrado Mayday Stadium in Nordkorea. Dort passen 150.000 Zuschauer ins Stadion. Fakt Nummer acht. Brasilien ist nicht nur für Samba-Fußball bekannt, sondern auch für seine Rekordanzahl von fünf FIFA-Weltmeistertiteln in den Jahren 1958, 1962, 1970, 1994 und 2002. Fakt Nummer neun. Neun Minuten, fünf Tore. Robert Lewandowskis Hattrick in nur vier Minuten und 33 Sekunden für den FC Bayern München im Jahr 2015 ist ein Rekord für die Ewigkeit. Nach weiteren viereinhalb Minuten schoss er weitere zwei Tore und somit fünf Tore in neun Minuten. Letzter Fakt. Fakt Nummer zehn. Messi erzielte im Jahr 2012 unglaubliche 91 Tore und 22 Assists in nur 69 Spielen. So etwas schaffte kein anderer Spieler auch nur im Ansatz. Kommentiert gerne eure Meinung oder auch eure Ideen.